So, da sind wir wieder. Dann will ich mir mal kurz Waffen bei dir. Lichter kann ich mir noch kaufen. Kann ich mir gleich mal kurz Waffen bei dir abholen? Nö. Äh, dann komm ich her. Dann komm ich zu dir rüber. Ich probier jetzt... Oh ja, in die Tycoon von dem kann ich rein. Hat der die Tür offen? Ja, der hat die Tür offen. Wie doof kann man sein? Oh, die Tür offen lassen. Nein. Ey! Ja, das ist auch sowas, ne? Der hat seinen Laser gerade nicht angeschaltet gehabt. Und ich dachte, ich kann da rein und dann bin ich tot gewesen. Weil er mich getötet hat. Da siehst du mal. Der hat das extra gemacht, um dich anzulocken. Ja, glaub schon. So, jetzt wollte ich noch den Staircase haben. Was ist das hier? Lichter. Ne, ich nehme das Treppenhaus. Oh, wie cool. Guten Tag, Mister. Ich habe eine Waffe und du nicht. Der hat gerade erst angefangen mit seiner Tycoon. Komm doch her. Ja. Ja, der freut sich jetzt. Oh nein, der kauft gleich seine Wand fertig. Ich muss schnell zu ihm rein und ihn töten. Oh nein, der hat auch schon eine Waffe. Wieso macht dir das so viel Spaß eigentlich? Muss ich mir Gedanken machen? Danke, ich habe mir eine Metallfaust von dem geholt. Danke, tschüssi. Ja, ich habe eine Metallfaust von dem geklaut. Weil er noch keine Tür hat. Jawohl. Was kann die? Oh, ist die stark. Die ist bestimmt richtig stark. Ich habe so eine Metallfäuste jetzt. So, ich gehe mal hoch in mein zweites Stockwerk und gucke mal, was da ist. Das ist ja auch sehr schön. Ja, oh, wie stark. Da muss ich jetzt erst mal was kaufen. 31 kostet da so ein Start Collector. Bam, ich habe den von der lilanen Tycoon getötet. Der mich vorhin getötet hat, weil ich rein wollte bei ihm. Eine Wall, eine Wall. Ich habe ein Morph-Pad gekauft. Komm her, komm her, komm her. Komm her, komm her, komm her. Komm her, komm her. Ja, ich habe ihn gleich. Bam, tot. Okay. So. Ich gehe jetzt mal lieber in meine Tycoon wieder, bevor ich hier noch getötet werde. Weil die Metallfaust-Fäuste sind stark. Hier ist noch ein Collector-Upgrade. So, Leute, ich würde aber erst mal sagen, wir sind uns gleich wieder, wenn wir halt mal ein bisschen weiter sind. Weil das ja sonst ewig für euch dauert. Und das ja sonst langweilig wird. Alles klar. Bis gleich. Bis gleich. So, da sind wir wieder, Leute. Ich habe mir gerade schnelle Schuhe gekauft. Wie cool. Ich komme jetzt gleich zu dir. Dann komm mit schnellen Schuhen zu mir. Kannst du sehen, wie weit ich bin? Siehst du, wie schnell ich bin? Unglaublich. Ich komme mir ganz schnell angerafft. Die sind klasse, die Schuhe. Die sind wirklich super. Weil, guck mal, normal ist man so langsam. Ich warte noch kurz, bevor du da bist. Mach ich erst auf. Guck mal, normal ist man so langsam. Und jetzt, bam, ganz schnell. Uhu. Ja, mach auf. Ja. Bist du es wirklich? Ja. Wirklich? Ich hüpfe. Okay. Dann komm schnell rein. Und jetzt mache ich schnell wieder zu. Gut, ich bin jetzt ganz schnell. Du kannst mal mit hochkommen, schau. Ich nehme aber diesmal jetzt mal dein Regenbogen-Schwert. Echt? Du hast es schon? Ja, hier. Hier. Cool, aber hier hast du noch nichts gekauft. Doch, ich habe ein paar Sachen gekauft. Dieses Pad und das Pad hast du gekauft. Pads habe ich gekauft und noch irgendwas. Ja, ich habe hier oben zwei Pads und dieses... Oh, du kriegst ein Holzschwert hier für 10.000. Und ich habe solche schnellen Schuhe bekommen. Genau. Darf ich das Ding mitnehmen? Was möchtest du? Willst du mich schon wieder umbringen? Ich klau dir das Regenbogen-Schwert jetzt. Tschüss. Toll, danke. Super, dass du mir das geklaut hast. Ja, ich habe... Bist du damit rausgelaufen? Wie bist du rausgekommen? Ja, ich bin doch übers Dach gestrungen. Ach, übers Dach. Ja, klar. Oh, das heißt aber auch, dass Leute übers Dach rein können, oder? Ja, aber wenn du die fertig gespielt... Nee, nur wenn... Nur wenn sie mal drin sind, können sie davon raus. Ja, genau. Weil wenn du eine zu hohe Wand hast, dann können sie da ja gar nicht drüber springen. Ja. Oh, ich habe jetzt 11.000. Das geht jetzt relativ schnell. Ja. Muss es auch, weil sonst dauert es zu lange. Ja. Oh. Als ob. Ich brauche 17.500. Ja, da bin ich auch gerade dabei. Und dann habe ich es, glaube ich, schon fertig, das Stockwerk. Dann hast du das Stockwerk fertig. Und kann ins nächste gehen. Ich auch. Ich gucke mal hier, was hier so bei den anderen Leuten abgeht. Genau. Was die so machen. Oh, da ist doch einer, bei dem ich noch drüber springen kann. Guten Tag. Ich möchte ihnen nichts tun, außer sie kurz mit dem Regenbogen schwärzt zu töten, um die Waffe mir zu holen. Weil das eine sehr coole Waffe ist. Danke. Tschüss. Ich habe das gerade geklaut. Toll. Weil ich über seine Wand noch springen konnte. Er hat einen Fehler gemacht. Er hat die Wand noch nicht hoch genug gehabt. Also konnte ich jetzt eine coole Pistole. Dann weiß er jetzt, wofür die Wand ist. Boah, wie cool. Man kann, die Pistole ist voll cool, die ich von ihm geklaut habe. Was sind da für Patronen drin? Äh, weiß nicht. Sind da Patronen drin? Ja, sind. Äh, äh, die sehen aus wie Batterien. Hä? Hä? Eine Batterie Pistole. Ja. Auf jeden Fall. Ich habe hier jetzt... Ah, das war von Shadow. Die, das Tycoon. Also Shadows Tycoon. Ja. Ich kann jetzt hier mir den Superdropper, den für 17 anheim holen. Ich auch. Ich habe ich jetzt schon. Und jetzt geht es noch schneller. Jetzt geht es 25.000. 25.500 wollen die jetzt. Ja, ja, ja. Das ist ja richtig teuer jetzt mittlerweile. Ja, vor allem, es sollte ein bisschen schneller noch gehen mit dem Geld, finde ich. Ja, aber je weiter man kommt... Nee, je mehr Dropper man hat, desto schneller geht das Geld ja auch daher. Ja, aber trotzdem im Verhältnis... Ja. ...kann es noch ein bisschen schneller gehen. Ja. Ich... Oh, ich gucke mal, ob ich bei anderen Leuten noch reinkomme. Und ich gehe mal von oben schauen, wo ich denn hier noch was sehen kann. Hilfe! Da hat mich gerade einer abgeschossen. Oh, der schießt irgendwelche solche Blasen. Hast du noch deine Schuhe an eigentlich? Ja. Und... Ach, da sehe ich dich laufen. Bei dem kann ich rüber. Witzig. Ich nehme jetzt meinen Regenbüggenschwert. Zahnt. Siehst du das springen? Nein, bei dem kann ich nicht mehr rüber. Oh nein. Bei dem kommt man nicht mehr rüber. Also keine Stoff... Ey, der hat die Fäuste. Bei dem war ich also vorhin. Bei dem kann ich jetzt gar nicht mehr rein. Nee, der wird schon wissen, warum. So, ich gehe wieder runter. Und schau mal, ob sich mein Geld vermehrt hat. Komm jetzt her, Mann! Bam! Bam! Immer noch nicht so viel, wie ich mir gewünscht hätte. Was ist denn das da hinten noch? Ist das auch ein Dopper? Der für 25. Komm halt, komm halt, wenn du dich traust! Das ist auch ein Dopper. Oh nein! Jetzt kommt er! Tschüss! Ich habe schnelle Schuhe. Okay, ich habe schnell, richtig schnelle Schuhe. Die Schuhe finde ich richtig gut. Schade, dass ich die nicht kriege. Okay. Komm halt her. Komm halt her. Haha. Ich gucke dir wieder zu, bis mein Geld sich vermehrt hat. Haha. Der hat Angst. Deswegen verzieht er sich in seiner Tycoon. Was kann ich mir denn jetzt noch rüber? Mann, ich kann hier nicht mehr rüber. Ey. Eine Wall kann ich da rüber. Irgendjemand hat doch eine Gravity Coil in seiner... Absurd. Komm schon, irgendeiner muss doch eine Gravity Coil in seiner Tycoon haben. Ja, vorhin hat er es auch... Irgendwo hat einer eine Gravity Coil. Aber da komme ich nicht hin. Hi. Oh, das ist der von vorhin. Der Lila. Oh, guten Tag. Oh, bei Shadow kann ich jetzt auch schon nicht mehr rüber. Das ist unmöglich jetzt. Der hat auch seine Wand jetzt hingebaut. Ja, die wissen wir. Bei dem ich... Von dem habe ich auch die Pistole mir geholt. Aber bei dem komme ich jetzt gar nicht mehr rein. Der hat schon zugebaut jetzt. Wie viel Geld hast du? 14,5 im Moment. Ich habe 16,2. Also 16.200. Jetzt habe ich 16,6. Echt? Mhm. Jetzt habe ich 16,1. Jetzt habe ich 17,1. Jetzt habe ich 17,3. Ich habe 17,6. Ich habe mehr. Ich habe 17,6. Ich auch. Ich habe 17,9. Ja. Ich habe 18,2. Du, wir haben genau die gleichen Sachen. Deswegen kriegen wir auch genauso viel Geld in der gleichen Zeit. Ich habe 18,6. 18,7. 18,8. 18,9. 18,9. 19,1. Ich habe 19,1. Ich habe 19,4. Okay. Aber wir kriegen eigentlich gleich viel Geld. Wo bist du? Willst du mich mal besuchen? Ne, besuchen will ich dich nicht. Aber wir können uns mal zuwinken oben. Ich kann mal rumhüpfen. Dann siehst du mich auf dem Dach. Warte mal. Ich gehe mal hoch. Warte. Guck nicht nach unten. Bitte. Bitte. Guck nicht nach unten. Ich gucke nicht nach unten. Naja, was sehe ich denn da? Geh mal ganz vor. Geh mal ganz vor. Da bist du. Du willst mich abschießen. Bleib da stehen. Bleib da stehen. Bitte. Bleib da stehen. Ich will dich nicht abschießen. Nein, du willst mich nur abschießen. Ne. Doch. Siehste? Bam, tschüss. So, jetzt gehe ich ins Medical Center. Ich habe dich ja noch gar nicht. Du hast mich getroffen. Mich hat einer getötet. Nein. Ja, siehste mal. Jetzt ist es. Nein. Und ich habe aber gar keinen Schaden genommen. Also zumindest doch ein bisschen. Die Pistole ist jetzt weg. Ich habe sie nicht mehr. Ich gehe mal in das Medikit. Was für viele müssen wir das kaufen? Ich habe das Karma bekommen. Nämlich habe ich jetzt die Pistole verloren. Ich habe die jetzt ja nicht mehr. Aber dafür kann ich mir jetzt den nächsten Dropper kaufen. Weil ich 25,5 habe. Und bam. Ja. Als ob. 32. Kostet der jetzt. 32.000. Mhm. Der nächste. So, ich bin jetzt wieder genesen. Hast du jetzt genug? Dank meines Medikitz. Jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Geld. Echt? Wie viel? Jetzt habe ich so viel, dass ich mir diesen... diesen... Oh, Knuckles. Diesen Dropper, diesen Mega-Dropper kaufen kann. Oh ja, hallo. Habe ich jetzt? Guten Tag, Mister. Du hast wohl gerade deine Tycoon erst angefangen. Sobald du hier eine Waffe hast, dann werde ich dir die direkt klauen. Hilfe. Da kommt der. Hilfe. Hilfe. Der hat mich vorhin schon getötet, weil er so eine krasse Waffe hat. Oh, der hat jetzt schon gleich sein zweites Stockwerk, der aus der Shadow Tycoon. Ähm, vielleicht kriege ich es hin, dass er mich rein lässt. Oh, der ist gerade gar nicht in seiner Tycoon. So, jetzt gucke ich da mal was raus. Komisch! Sehr leichtsinnig, weil man hier einfach den Knopf drücken kann. Und man ist... Mann, das geht nicht! Nee, kann man nicht. Nee, was leichtsinnig ist, ist, wenn man wie der Knuckles da hinten einfach seine Tycoon offen lässt. Das ist leichtsinnig, aber pass auf, nicht, dass er da auflauert, ne? Nee, das kann doch auch sein. Oh, der hat... Doch, doch, der hat... Aber es passiert einem ja nichts, außer, dass man zu Hause... Kann ich mal zu dir reinkommen? Bitte? Bitte! Nein, du kommst hier nicht mehr rein. Doch, bitte! Ich greife dich nicht an! Ja, ja. Ich bin gestorben. An deinem Laser. Sagst du jedes Mal. Nein, ich bin an deinem Laser gerade in der Hand gestorben. Ja, dann warte doch, bis ich aufmache. Ja. Interessant ist, in so ein Morph. Echt? Ja. Morph-Pad war da. Ein Morph-Pad. Und da kann man sich jetzt Morph... Bei Sonic Morph, da kann man zum Beispiel Knuckles oder du Amy werden. Ja, dann werde ich Amy. Wie cool. Ja, aber das kostet 25.000. Ja, ja, das will ich auch probieren. Aber das ist richtig, richtig cool. Das möchte ich gerne machen. Oh, daher... Deswegen hatte der gerade so ein Knuckles-Kostüm. Deswegen hatte der ein Knuckles-Kostüm. Weil der hatte sich den Knuckles-Morph gekauft. Oh, Sonic Morph ist halt richtig cool. Vor allem, was ich für ein Glück gehabt hatte, dass noch Sonic frei war. Weil normal wollen doch alle Leute gleich Sonic haben. Ja, ich wäre auch lieber Sonic gewesen. Ja, aber ich bin eher Sonic. Oder Knuckles. Knuckles finde ich auch gut. Knuckles finde ich richtig cool. Auch. Oh ja, ich habe gleich genug. Aber ich würde erst mal sagen, das war es mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und Like da. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.